Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier bei unserem groß, äh, kleinen, naja, bei unserem Leuchtturmprojekt. Ist jetzt groß oder klein? Ist eher klein, weil es geht doch relativ fix, würde ich sagen, oder? Also, wir sind schon relativ weit gekommen. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, wie genau ich das mir gedacht hatte. Bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie genau ich das gedacht hatte. Aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen, wenn wir hier irgendwann mal noch hochkommen. Hopp, ja, wir sind oben, super. So, okay. Jetzt haben wir das einmal hier. Gehen wir nochmal einmal hoch. Achso, und nochmal einmal hoch, ne? Ja. Oh, da ist eine Spinne wieder. Das ist, glaube ich, die gleiche. Die können wir eigentlich mal kaputt machen. Gehen wir mal ein Besen dabei? So, ähm, und hier? Okay, hier ist es dann noch so, dass das irgendwie noch so war. Gut. Äh, ja, das geht ganz schön tief runter mittlerweile. Haha, haha, haha. Bitte auch gerne einfach meine... Leiter hinmachen. Machen wir auch gleich mal, bald, demnächst. So, und... Da kommt auch noch eins nach außen. Jeweils. Ach, ich dachte schon, wir sind schon wieder außer. Ah, ich habe irgendwas falsch gemacht. Nein, doch nicht. So, jetzt brauchen wir weiße Bolle wieder. Weil jetzt machen wir nämlich... Kacke, wie komme ich denn da jetzt hin? Gar nicht. Doch, so. Oh, oh. Hopp. Mal gucken. Hier, glaube ich. Kurz einmal hier im Kreis zumachen. So. Äh. Ah ja. Ne. Jetzt, guck mal. So, genau. Und jetzt können wir hier... Hier nach oben. Das brauchen wir nicht. Wird das hier. Das war ein bisschen eng. Das ist so ein bisschen der Nachteil in unserem... Ach so, nee, Quark. Ach doch. Ach, nee. Ha! Wir können das ja auch eigentlich erst ab hier... Ach nee, wir müssen ja auch irgendwo hoch. Muss ja auch Schicks sind. Ja. Das heißt, wir müssen wieder Wolle holen. Was ist noch sonst? Mann. Wolle. Und dann können wir uns mal so eine Leiter machen. Und die nach oben bauen. Und dann... Wie gehen die denn nochmal? Ist jemand noch? Leiter? Leiter? Okay, Sticks. Das wird ja... Nicht so das Problem sein. Okay. Wolle? Ich hab da gerade kein Schaf gesehen. Schaf. Ich hab mir dieses physische Schafanflug, ne? Die Autos fahren wieder. Auto. Ich hab schon Ideen, wie ich das ein bisschen abschotten kann. Ob das dann letztendlich auch so wird, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Aber... Wenigstens sind die Ideen da, ne? Das ist ja so die Hauptsache. Na, Ladies and Gentlemen. Ich sprach Wolle. Wolle. Mehr, 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 mehr. Mehr. Ich hab so das Gefühl, wir standen in den letzten paar Folgen immer nur hier drin und haben Schafe geschärschworen. Ob sowas auch automatisiert eigentlich geht? Da doch... Nein, ist es... Achso, wir haben ja noch Eisen dabei. Gut, ich dachte, jetzt müssen wir schon wieder los. Da, ich hab doch gerade noch zwei Ladies gesehen. Äh, was soll ich denn jetzt sagen? Achso, automatisiert. Das ist ja praktisch. Aber ich bezweifle, dass das geht. Wie denn auch? Man, in Minecraft geht echt viel, was ich überhaupt nicht pein, dass es das überhaupt geht. Und wie ich immer wieder den Hut ziehen muss, wie Leute überhaupt sowas rausfinden, dass sowas geht. Sooo. Was ist denn jetzt hier los? Massen fressen, oder was? Danke. Oh, das sieht doch aber cool aus, oder? Ein bisschen groß. Und mit Fenstern und so noch dran. Hajo, 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 wa? Wie viel haben wir denn jetzt? Ein Stack, oder was? Ja, Ladies, ihr müsst doch mal ein bisschen ran hier. Ich hab auch gerade eine gesehen. Da, da, da. Uhu. Rechts hab ich das gehört. Hm? Doch, da. Mäh. 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 Hm. Wow. Manche Lieder sind unglaublich, äh... Entschuldigung, ich musste jetzt gerade mal... Ich hoffe, ihr seht es nicht. Alles gut. Ich sag nichts. Vielleicht seht ihr es gar nicht. Ähm. Manche Lieder sind echt komisch laut. Also, bei euch ist das wahrscheinlich alles echt leise. Das ist ja auch so Sinn und Zweck der Sache, dass ihr so ganz seichte Hintergrundmusik habt. So ein bisschen, ne? Dass es nicht so sehr leise ist. Aber ich find das immer komisch, wenn... Also, ich hör den ganzen Tag Musik. Also, immer. Und ich find das irgendwie immer komisch, wenn dann keine Musik läuft. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist... Das... Oh. Manche Lieder komisch vertont sind. Die sind dann wahnsinnig laut und manche sind wahnsinnig leise. Versteht das immer nicht. Also, ich verstehe das schon irgendwie, aber... Ah, ihr wisst ja, wie ich mein, ne? Gut. Achso, ich wollte ja jetzt hier mal hoch, ne? Boah, da komm ich jetzt eh jetzt so nicht hoch. Aber wen überhaupt? Mit Erde oder mit Wolle? Also, der ist es nicht, sondern der hier. So dann, oder was? Oder machen wir da eine Treppe hoch, irgendwie? Ich wüsste nicht mal wie. Okay, also mit 12 werden wir wahrscheinlich da nicht hochkommen. Drei. Oh. Hallo? Sprich mal. Irgendwann heute noch? Eins haben wir jetzt noch. Naja, ganz hoch sind wir nicht gekommen, ne? Ähm. Oh. Alles gut, alles gut. Ich bin nicht gefallen. Passt. Nein, ich bin nicht gefallen. Gut. Wir werden uns in Level weg. Wir müssen schon mal arbeiten. In Level. So. Hopp, hopp. Hopp. Pferdchenlauf, Galopp. Überstock. Übersteine. Aber verlier deine Level nicht. Hopp, hopp, hopp. So. Das ist jetzt so. Und jetzt kommt das, der eigentliche Teil. Wo komme ich denn da jetzt wieder raus? So. Nein, so nicht. Oh, das war knapp. So ist es eigentlich schon wieder, wird es eigentlich schon wieder dunkel. So war das jetzt irgendwie gedacht. Und jetzt kommt noch. Ne, warte mal. Ach, da bin ich verwirrt. Rot? Da müsste hier rein theoretisch rot rein. Das ist ja die erste Plattform. Haben wir noch roten Farbstoff dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, da. Super. Das reicht halt auch nicht. Das reicht genau. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Nein, ich habe jetzt nicht wirklich gedacht, ne? Ich habe halt... So, dann haben wir zwei. Mach mal auf. Dann ist das da hoch. Und dann kommt... Und dann kommt... Eigentlich... Hier... Die nächste hin. Ich muss jetzt mal gucken, ob das wirklich richtig ist. Das wollte ich, glaube ich, ganz weiß machen. Das war das Problem. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei. So. Okay, 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 okay. So, und dann machen wir hier nochmal eins. Und dann kommt da noch Glas drauf. Da kann man dann auch gar nicht mehr hoch. Da, 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 da. Also hier kann man eigentlich noch hoch. Deswegen müsste ich das eigentlich hier noch zwei hoch machen. Hier kann man dann eigentlich noch hoch. Aber es ist schick mit der Beleuchtung hier überall, oder? Jetzt brauche ich Klostern. Ich brauche Glas. Und Leitern. Jetzt habe ich fast in die... Oh! Nichts passiert. Hat niemand gesehen. Ich gehe schlafen. Da, 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 da. So, jetzt laufen wir mal kurz hier weg und gucken uns mal unser Meisterwerk an bis jetzt. Wir brauchen was? Glas dann? Glas dann? Glas und Klostern ist Glas dann. Oh Mann, das sieht... Von unten sieht das jetzt gerade echt hässlich aus. Oh, das ist, glaube ich, viel zu eng. Die zwei Plattforms. Oh, ich muss die ein bisschen weiter auseinander machen. Was hast du da jetzt? Verbrenn halt einfach mal. Ich muss das eins weiter hochsetzen, dass da drei auseinander sitzt, glaube ich. Was ist denn hier los? Ja, ja, ja. Und dann kommt da noch ein Dach drauf. Dann ist das cool, oder nicht? Hm. Sagt ja. Da, 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 da. So, was wollte ich denn jetzt hier? Glas. Ein Stack reicht. Klostern. Das reicht auch. Klostern. Glas. Treppe. Holz. Oh, das ist wahrscheinlich zu viel. Was mache ich da? Nichts mache ich da. Nicht denken tue ich. 54 sollten eigentlich reichen, oder? Oder nicht? Okay, das heißt, wir müssen das wieder abbauen da. Eins weiter hochsetzen. Ach ja, genau. Das brauche ich auch noch. Zaun, zaun, zaun. Ba, 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 da, 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 da. So. Aber, wenn ich jetzt gerade sehe, das passt heute mal perfekt. Ich mache eine kleine Aufnahmepose. Und dann sehen wir uns in... Oder ist das gar nicht zu blöd da? Doch, das ist... Oder? Muss das gar nicht eins weiter, aber da kommt jetzt noch Ding. Nee, vielleicht ist das auch gut so. Moment, Moment, ich habe was vergessen, bevor ich schon wieder rüber laufen muss. Das wird mich nämlich dann ärgern. Ergern. So, entweder wir nehmen Ziegel. Oder wir nehmen die Dinger hier, die wahrscheinlich hier nicht mehr drin sind. Weil die wahrscheinlich drüben sind. Verdammt. Wieso haben wir eigentlich so viel von diesen Rampen? Warte, aber mit den Rampen kann ich auch ein Dach machen, ne? Hm. Gut. Ah, da ist auch noch eine Leiter. Viel Leiter brauchen wir gar nicht. So. Aber, was soll ich jetzt sagen, genau? Bevor wir da drüben rüben... Da drüben wieder weiter an die Arbeit machen, mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.